Ja, hey mein Lieben, willkommen zu einem ganz kleinen, schnellen Ankendigungsvideo. Tja, Minecraft ist ja bald wieder die nächste Aufnahmephase vorgeladen. Am Sonntag Part 101, dann fällt auch die Aufnahmephase auf. Und dann kommt am Montag erstmal nicht Buchter 3, was sowieso Sonntag erstmal noch random muss, sondern Wanderling Fighter. Das ist ein, ähm, ein Partprojekt und zwar was Besonderes. Erstens ist es vor kürzerer Zeit mal aufgenommen, also mal was Neueres als, ähm, diese alten Schinken, muss ich sagen. Obwohl Minecraft nun jetzt nicht mehr ganz so alt ist, na gut, äh, Minecraft ist aufgenommen. Naja, jedenfalls, ähm, ähm, was soll ich sagen, äh, keine Ahnung, Scheiße, Verkettung. Ähm, ja, jedenfalls in dem Falter wird dann hochgeladen, das ist ein Part. Ja, und das Besondere daran ist außerdem noch, ähm, dass das Ganze, glaub ich, 40 Minuten lang ist. Ja, das ist, glaub ich, 600 MB oder so groß, ich hoffe, mein Internetleitung, Leitung, Geleitung macht mir da keinen Strichdurchlechnung. Und, ja, ich hoffe, dass es wird ein Ratschnecht hochgeladen und dann könnt ihr euch mal 20 Minuten von mir reinziehen. Und ich hoffe, dass, ähm, ähm, ich weiß nicht, an der Mitte ist nicht schön, äh, ich hoffe, dass es euch dann freuen, dass ich mal ein bisschen länger aufnehme, aufgenommen habe, ein bisschen länger am, äh, am Stück hochgeladen. Ich hoffe, dass wir sich ja noch irgendeinen angucken. Na gut, das war's dann. Wenn wir dann weiter am Montag dann, ne, also 40 Minuten oder wie lange gefolgt ihr ist, ihr freut euch drauf, mehr oder minder. Auf Wiedersehen.